So, wir gucken jetzt bei Iratsch. Was wollte ich bei ihm gucken, Digga? Anstarren. War das Anstarren, was ich gucken wollte? Oder doch, das war Anstarren. Laut Denken. Doch, wir gucken laut Denken an. Wir gucken laut Denken an. Ich bin unsympathisch. Ja, ich weiß, dass ich unsympathisch bin, Bro. Ich hab doch nicht mal Dings. Ich hab doch nicht mal diesen Sub-Chat. Wisst ihr, ich mein, ich hab nur diesen Chat, den jede Kanake mit 100 Abonnenten hat. Für die Leute, die mich noch nie Deutsch sprechen, gehört haben und denken, was ist das für ein Individuum und spricht er immer so behindert. Leider ja. Okay. Digga, Mehmet, gleich so, Digga, kurz verschwinden, bevor ich vor Dilara hier irgendwie... Boah, der freut sich richtig, Alter, dass er eingestarrt wurde. Ausgerechnet der Tobias macht hier ein auf Maka. Zieh Maske an, Jamaniak! Okay, Digga, Tobias hat richtig Eier. What the fuck? Wieso hat mir Russland nicht erzählt, dass sein Bruder so aggressiv ist, Digga? Weil sie tun, was gemacht haben, dann sagen sie, was er will mir so viel tun. Hallo! Hahaha! Typho drastigert! Hahaha! 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 Der arme Digga, der hat sich so erschrocken, Alter. Dieser Iraç ist ein richtiger Manniak, ich sag euch wie es ist, Bruder, dieser Iraç ist ein respektloser Manniak, Digga. Oğlum, wer ist das? Wer ist das? Wenn du Staração ablattest! SELECTRIC! Was ist los mit dir, was bist du? Das ist zu geil, Digga. Der geht weg, was heißt, tschüssig. Digga, die sind zu sieben, der geht weg. Was guckst du so? Was guckst du so? Digga, das ist cringe. Er geht zuerst von der Seite weg zu seinem Shabab, stellt sich dahin. Wallah, was guckst du so? Was guckst du so? Kleiner Pisser. Wo hast du das Bord her? Du hast schon gedacht, ich hätte irgendwas gemacht. Ach echt? Okay, danke dir. Weil ich bin auch Skateboarder, weißt du? Ich mach dir Angst. Wieso? Ich wollte doch nur wissen. Einfach geradeaus. Am Lümbäcker. Alles klar, danke. Wer bist du? Was guckst du so? Was guckst du so? Ich habe eine kurze Frage. Weißt du, wie ich zum Bahnhof komme? Was? Zum Bahnhof. Der macht doch ein Video. Der macht doch ein Video. Der macht doch ein Video. Nein, weil ich wusste nicht, ob du es weißt. Ich gucke. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht, Alter. Hey, hey, hey. Der macht doch ein Video. Go, go, go. Wie im YouTube-Kanal. Du machst ein Video. Du machst ein Video. Der hat sich fast angeschissen, der Arme. Okay, wenn du mit dabei bist, das war ultra lustig. Danke dir, danke dir. Ist für euch alle okay, oder? Im Video zu sein. Heute warst du wirklich gut, ja? Danke dir, ne? Ich dachte schon, ich kriege eine Schelle, Digga. Ich sage, dass mein Vater da wirklich stolz ist. Danke dir, ne? Schönen Abend euch. Ciao. Wir filmen da hin mit Frischetta-Kamera. Ist es okay, wenn ihr mit dabei seid? Ja. Ja? Wir filmen mit Frischetta-Kamera. Ich habe nur Joke gemacht. Digga, Iraj ist schon ein süßer Ehrenbruder. Wallah. Ich finde, der Bruder verdient viel mehr. Er macht schon so lange Videos. Wallah, Bruder. Ich erinnere mich so, bevor ich YouTube angefangen habe sogar, hatte er diese ganzen Pranks schon am Start. Und das sind wirklich auch so Pranks, die man sich gönnen kann. Gönnt dem Bruder auf jeden Fall Haq. Auf Gotts wichtige Basis abonniert Iraj, Digga. Ich bin mitglieder.